ich wünsche den wunderschönen ostersonntag falls du diese aufzeichnung heute noch sie ist dieses video ostern 2020 wenn wir alle wahrscheinlich nicht so bald vergessen und wenn du mein video von karte gesehen hast dann weißt du ja in etwa was heute kommt denn am freitag habe ich von der möglichkeit gesprochen unser ego sterben zu lassen immer weiter und weiter sterben zu lassen und das was in uns ist dieser kern diese quelle dieses wahre selbst göttliche selbst frei zu lassen und wenn du magst guck nachdem du dieses video geguckt hast oder jetzt gleich auch hier unter dieses video und hol dir mein ebook oder schau was es derzeit alles von mir gibt damit auch du wenn du soweit bist diese techniken mit denen ich meine mein erwachen oder meine aufwachphase sozusagen begleitet habe oder eingeleitet und fortgeführt habe auch ein anderer menschen weitergeben kannst ich glaube nach wie vor dass diese zeit wirklichen zeit des erwachens ist für ganz ganz viele menschen manche weil sie einfach zeit dafür haben manche weil sie schon die ganze zeit machen und jetzt einfach noch in der tiefe fortführen und manche weil sie derzeit sehr großes leid erfahren also die werden zum aufwachen gezwungen von den umständen oder ihren eigenen ängsten ich möchte heute über dieses erwachen in uns sprechen was das auch für mich noch weiter gehend bedeutet und wie du das vielleicht auch für dich noch viel weiter gehend und umfassender empfinden kannst ich habe letztes mal von diesem impuls gesprochen der aus dir herauskommt umso mehr du weg ist von deinem denken und je weiter du weg gehen kannst von deinem denken umso mehr fühlst du und spürst du diesen impuls und je mehr du aufhören kannst deinem denken und glauben zu schenken und deinen gedanken zu folgen umso mehr kannst du dieser inneren stimme folgen die so laut zu uns spricht umso weniger du deinen gedanken zuhörst umso mehr kannst du deine innere stimme hören die ständig zu dir spricht ich habe heute diese tulpen wieder hier stehen weil ich gerne dir anhand dieser tulpen eine geschichte erzählen möchte die für mich zu diesem thema passt mir fällt auf wie ich auch schon im letzten video gesagt habe dass derzeit die gesellschaft sich so und zwei teilt ein teil geht hierüber nach rechts ohne jetzt die politische seite zu meinen geht hierüber mainstream und glaubt was erzählt wird hält sich daran fest bekommt ängste und erzählt das auch weiter was hier auf dieser einen seite proklamiert wird und sie glaubt immer mehr was hier erzählt wird und haftet an diesen gedanken an und bestätigt auch durch das eigene denken dieses denkmuster das hier ausgegeben wird und die andere seite geht auf die andere seite die gegen diese seite spricht und glaubt auch hier immer mehr und mehr so sieht es zumindest für mich aus was hier erzählt wird und dies gegen all das was da drüben erzählt wird und bestätigt durch die eigenen gedanken und durch die eigenen erfahrungen die dementsprechend interpretiert werden das was diese seite hier sagt mir fällt auf dass es sich wirklich immer mehr teilt und niemand also mir fällt jetzt tatsächlich niemand ein niemand sagt davon kann ich das und jenes für mich nehmen und als wahr erkennen und davon kann ich dies und jenes nehmen und für mich als wahr erkennen also ich kenne niemanden der sich von beiden seiten sozusagen irgendwelche fakten holt und sagt ja das kann beides wahr sein und das kann ich beides für mich finden es sieht fast so aus als müsste man sich auf die ein oder andere seite schlagen also so geht es zumindest mir und da weigere ich mich definitiv weil ich eben meine gedanken überprüfe und weder die eine seite als 100 prozent wahr erkenne noch die andere und was hat das jetzt mit diesen tulpen zu tun diese tulpen ich nehme mal eine raus diese tulpen symbolisieren für mich die natur das ist für mich die wahrheit diese wunderbare natur die seit so vielen millionen jahren sich immer wieder verändert und doch immer wieder auf ihre ureigenste art und weise ist das ist das ist einfach ja wie wir das jetzt nennen tulpe rot gelbe tulpe was auch immer das ist eine ist namen ja wie ich auch in meinem letzten video gesagt habe das ist nicht die wahrheit das ist nur der name ja aber dass das ist gewachsen ist sich öffnet und dann verblüht dass das riecht duftet möchte ich fast sagen wirklich wunderbar duftet und dass das mein herz erfreut das ist für mich die realität und da muss ich jetzt keine meinung haben also ich muss jetzt nicht sagen das ist jetzt eine schöne blume oder das ist jetzt eine blume die am aufgehen ist und die wird in zwei tagen eine verwelkte blume sein ja das muss ich alles nicht sagen das sind bewertungen das sind gedanken aber ich kann sie einfach angucken als das was sie ist als ein produkt der natur so wie ich auch und so wie du auch und ich kann ihren duft bemerken und mich an ihrer optik und an ihrem duft erfreuen und ich kann ihren stängel berühren und bemerken wie sich das in meiner hand anfühlt das ist für mich die realität das ist für mich immer mehr eine religion wenn ich mich entscheiden müsste welche religion glaube ich dann würde ich sagen ich glaube die religion die natur heißt diese religion da draußen die gerade diesen baum der vor zwei wochen noch braun war plötzlich zu einem grünen baum macht der die blätter sprießen lässt die jetzt gerade im wind sich bewegen und für dich bedeutet das dass du immer mehr und mehr das in dir aufstehen lassen kannst das in dir erblühen lassen kannst und auch einsehen musst dass es irgendwann verblühen wird zumindest in dieser optik hier in diesem körper hier in dieser ausprägung hier einfach einverstanden sein darfst mit dem was ist und dann im frieden bist mit dem was da draußen passiert je mehr du das in dir einfach auferstehen lassen kannst und sein lassen kannst leben lassen kannst so wie es eben lebt wenn du das zulassen kannst und umso mehr du es zulassen kannst und umso mehr du es zulassen kannst umso weniger musst du dich mit irgendwo hier rechts meinung et cetera zahlen daten fakten oder hier links oder hier hinten oder hier vorn mit irgendwas beschäftigen sondern kannst mehr und mehr zu dir zurückkommen zu deiner wahrheit zu dem was du bist was du einbringst in die welt was du ausdrücken möchtest hier in der welt und das was du einfach sein möchtest hier in dieser welt in diesem leben wie lange es auch immer dauert niemand weiß das ich möchte dir heute noch was sagen was zum thema auferstehung wo verstehung für mich wirklich dazugehört in diesem auferstehungsprozess wo etwas in dir was vielleicht sogar schon tot war oder begraben war nochmals zum leben erweckt wird in diesem erwachungsprozess geht es darum zu erkennen dass das was da draußen passiert einzig und allein deine projektion ist ich nehme wieder mal unsere derzeitige situation weil es so offensichtlich ist für mich begleite ja derzeit viele menschen auch in gruppen kostenfrei oder auch in meinen kostenpflichtigen gruppen durch die work von byron katie mit ihren gedanken und ich stelle immer wieder absolut erstaunt und verblüfft fest dass es ganz selten nur zwei menschen gibt von all denen die da sind die die gleichen gedanken haben über die jetzige situation ja wie kann das sein dass es so viele menschen gibt die völlig unterschiedliche gedanken zu dieser jetzigen situation haben ja die antwort ist wie immer sehr einfach es ist projektion und da möchte ich dir heute noch einen konkreten hinweis geben mir ist aufgefallen dass menschen die derzeit sehr im vertrauen sind und die sogar unseren politikern vertrauen und der welt vertrauen unserer wirtschaft vertrauen hat heute noch eine zu mir gesagt ja und den wirtschaftsbossen vertrauen dass die auch ihren papa vertraut hat und manchmal auch sogar der mama also beiden ja aber die die das heute gesagt hat die hat ihrem papa immer vertraut von klein auf bis zu seinem tod hat sie ihren papa vertraut und natürlich vertraut sie auch den politikern weil das ist eine projektion wie alles sie projiziert ihre kindheitserfahrungen mit dem papa in die politiker in die wirtschaftsbosse in diese männer die heute hier über unsere lage entscheiden sie hat vertrauen kein stress eine klientin von mir hat extreme unterstellungen diesen menschen gegenüber die werden uns alle hintergehen die wollen uns ausrotten die wollen uns vernichten die wollen uns schaden ich habe sie gefragt was sie über ihren vater denkt den vater der kindheit und sie hat gesagt ja mein vater der hat nie irgendwas für mich getan ich glaube sogar der wollte mir schaden der wollte mich gar nicht ich glaube mein vater hat mich nie gewollt projektion menschen die ihrem vater nicht vertrauen konnten weil er mal a mal b gesagt hat projizieren genau das in die politiker ja was wollen die mit uns die sagen zwar bill gates zum beispiel ich will was gutes tun ich will was zurückgeben ich will menschenleben retten mit meinen weltweiten impfungen aber ist es die wahrheit vielleicht will er nur geld verdienen vielleicht ist das ein ganz großer coup den er gemeinsam mit der pharmaindustrie macht solche gedanken haben menschen die ihren papa nicht vertraut haben weil der papa mal a gesagt hat ja der will was gutes tun für das kind und dann kam raus naja aber eigentlich war das vor allem für ihn was gutes der wollte dass ich brav bin der wollte dass ich gute note schreibt er wollte dass ich ihn in ruhe lasse ja der wollte dass ich aufhör irgendwas zu fordern er wollte mich ablenken was auch immer was projizieren wir in die merkel rein meistens mama themen da sie politikerin ist auch oft papa themen aber ganz oft auch mama themen was hast du gedacht über deine mutter in der kindheit hast du ihr vertraut konntest du sehen dass sie es gut meint mit dir dass sie wirklich eine mama ist die dich liebt die möchte dass dir gut geht dass aus dir was wird dass du sicher bist dann wirst du ziemlich genau das in die liebe angie merkel rein projizieren hast du deine mama nicht vertraut hast du deine mama irgendwelche dinge unterstellt weil sie dich immer wieder enttäuscht hat dann wirst du ziemlich sicher genau das in die frau merkel rein projizieren diese menschen sind projektionsflächen für uns und deswegen kann ich nur allen raten inklusive mir selbst immer wieder überprüfe deine gedanken über diese menschen überprüfe deine gedanken über alle diese menschen über die du irgendwelche stressvollen gedanken denkst oder über die du irgendwelche festen meinungen hast die dich mit dieser personen gruppe a ganz tief verschmelzen lassen ja wo du dann alles glaubst was die sagen ja weil das ja die wahrheit ist weil die uns das ja erzählen und weil das ja in der zeitung steht und weil sie das ja gestern im fernsehen gesagt haben ja also löse dich von diesem stupiden meinung übernehmen von irgendwelchen anderen leuten und überprüfe deine gedanken ja und du wirst vielleicht dahinter kommen dass du nicht alles einfach glauben willst und dass nicht alles tatsächlich einfach so stimmt was die sagen und so kannst du dich lösen von der projektion und rausfinden was du wirklich bei dir innen drin tatsächlich glaubst was deine wahrheit ist und so lässt du den teil in dir auferstehen der jetzt ziemlich begraben ist ja der ist begraben wenn du eine meinung von wem anderen glaubst hat deine innere stimme im grunde keine chance genauso auf der anderen seite verschwörungstheorie ja wenn man sich hier jetzt 100% verschrieben hat und alles nur negiert was die anderen sagen und und denkt das ist alles nur look und trug und alles nur eine große geschichte die hier fabriziert wird mit irgendwelchen fadenscheinigen ausreden und und spielchen die die spielen und manipulation vor allem ja dann löse dich auch davon und guck was hat es mit mir zu tun wer hat mich manipuliert wen habe ich manipuliert und wo ist meine innere wahrheit die begraben ist ja und die so lang begraben bleibt solange ich mich einfach hier anschließe wie so ein lemming ich muss meine meinung finden und die kann ich nur finden wenn ich meine gedanken überprüfe die angeblich wahr sind ich kann dir verraten die sind nicht wahr niemals sind gedanken wahr niemals sind worte 100% wahr niemals sind irgendwelche meinungen wahr kann gar nicht sein es ist niemals die absolute wahrheit und anstatt deine zeit zu verschwenden falls du das tust ja ich kenne dich ja jetzt nicht persönlich oder vielleicht kenne ich dich aber ich weiß ja nicht dass du jetzt grad zuhörst und zuguckst also falls du jetzt dazu gehörst und noch zu dieser menschengruppe gehörst zu diesen millionen gehörst die einfach nur die meinung von jemand anderem übernehmen und glauben dann lade ich dich wirklich heute hier mit am ostersonntag ja am auferstehungs tag dazu ein endlich diesen teil von dir auferstehen zu lassen der die wahrheit weiß deine wahrheit weiß lass sie auferstehen ja lass den jesus in dir auferstehen lass den christus in dir auferstehen lass die wahrheit das göttliche dein höheres selbst in dir auferstehen und überprüfe alles alles was deiner wahrheit im wege steht nutze diese zeit die uns so viel projektionsfläche bietet ja so wie fast noch nie unfassbar jeden tag ich muss nur youtube einschalten und habe schon projektionsfläche ich müsste falls ich ein hätte fernseher einschalten und hätte schon millionenfache projektionsfläche zeitungen lesen ja millionenfache projektionsfläche interviews gucken millionenfache projektionsfläche ja guck sie dir an unsere herren und frauen die uns regieren die die welt regieren und erkenne deine projektion in diesem menschen überprüfe die gedanken gerne mit work von byron katie ich kenne nach wie vor nichts besseres um die gedanken zu überprüfen finde raus was es mit dir zu tun hat finde dein inneres kind heile dein inneres kind das ist auch die allerbeste zeit die wir bisher hatten um unsere inneren kinder zu heilen endlich um unsere ängste endlich wahrzunehmen die seit jahrzehnten in uns vergraben sind auch die dürfen auferstehen und gegen himmel fahren ja demnächst also die dürfen aufgelöst werden erlöst werden und diese zeit kann dich zu der werden lassen die du wirklich bist die du immer schon warst hinter deinen projektionen unter deinen projektionen und über deinen projektionen wer bist du ohne deine geschichten über das was jetzt gerade angeblich passiert wunderschöne frohe osten namaste 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 aus aus auf die aus aus Vielen Dank.